Mann, war das ein Krampf hier hinzukommen und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Urizen. Forbidden West, mittleres Vorratslager, hier sind nur Vorratslager. Wir sind ja aber jetzt im Gebiet, ne? Ich soll sammeln Rüstungs... Nein, der erste Flug. Äh, hier soll ich Rüstungsteile sammeln? Hohle Frickers Rüstung zurück. Da oben. Muss aufpassen, wo ich hier hintrete. Zwei Metallknochen. Wo ist sie denn? Da ist was. Freiliegende Struktur. Ich spüre die Kälte bis auf die Knochen. Ja, du hast ja auch nichts an. Nee. Was ist da? Ach so, das ist ein Griffpunkt. Wo ist denn Fricker? Was ist das? Oh, das nehme ich gern. Eine Grünglanzplatte. Hier ist sie aber nicht zu sehen, ne? Hier ist gar nichts zu sehen. Das sind nur Vögel. Hier hätte man hochklettern können. Ich bin ganz anders. Ich bin hier oben lang gegangen. Hier. Und war dann nicht mehr im digitalisierten Gebiet und bekam eine Warnung, dass ich es jetzt verlasse. Schaf, sag mal was. Wo ist hier was? Es muss hier in diesem Gebiet sein. Können wir mal hier reingucken. Na. Diese Quest nennt sich Wurde und Stütze schließlich auf einem Werk. Berggipfel-Rüstung liegt noch dort. Auch für die besten Kletterer unerreichbar. Fliege zum Berggipfel. Ich bin hier hochgelaufen. Wie soll ich denn fliegen? Jetzt habe ich extra angefangen aufzunehmen. Wie soll ich fliegen? Ich kann doch nicht fliegen. Ich kann nur gleiten. Oh, das ist ja blöd. Ich bin hier aber hochgekommen. Ich bin doch jetzt hier. Dann kann die Rüstung doch nicht weg sein. Das ist ja Murks, ne? Ja, ich gehe jetzt runter. Das macht ja jetzt keinen Sinn hier. So ein Quatsch. Naja, ich habe gejagt. Wie verrückt. Warte mal, wie viel habe ich eigentlich davon? Da kann ich noch eine gebrauchen. Das ist so doof, ne? Ich weiß nicht, was das soll. Ich brauche nicht die ganzen anderen scheiß Dinger da. Die werden mir denn alle angezeigt. Das ist nicht so gut gemacht. So, finde ich. Wieso fliege da hin? Fliege zum Berggipfel. Hole Friedrikas Rüstung zurück. Aber das habe ich ja erfüllt. Jetzt bin ich hier unten. Toll. Also das ist ja eine bescheuerte Mission. Also ehrlich. Und da oben war nichts. Kannst du nicht an dem Baum vorbeigehen? Hier kann man klettern. Da oben war doch nichts. Oh, dieses Rumgestühne. Ja, der alte Mann auf dem Klo. Stellt das euch nicht vor. Tut es nicht. Sie lässt aber auch nicht los und gar nichts, ne? Jetzt hänge ich hier. Das ist einfach nur dämlich. Das Geklettern hier, das haben sie einfach beschissen gemacht. Denn wenn ich jetzt irgendwo nicht weiterkomme, dann muss ich ja wenigstens einen Verzweiflungssprung nach oben machen können oder so. Nein, sie hängt einfach fest. Sie bleibt einfach hängen und damit hat sich der Fall für Eloy geklärt. Hier waren ja so eine Dinger. Da kommen wir überall nicht weiter. Ja, das ist ja ein sinnloser Quark. Und hier oben war nichts. Ich bin die ganze Zeit hier rumgelaufen. Das ist selten sowas dämliches. Also. Selbst wenn sie rankommt, ne? Dann mal festhalten oder so geht nicht. Ah, das ist nicht gedacht hier. Hochzuklettern. Selbst wenn da Klettermöglichkeiten sind. Hier, guck. Jetzt geht's wieder nicht. Ich kann hier noch höher. So sieht es jedenfalls für mich aus. Oh, wer hat das verbrochen? Nun geh doch mal höher hier. Da ist doch ein Dings. Oh, ich hab die Schnauze voll. Nee, nee. Das ist die sinnloseste Mission wieder hier. Oder eine der Sinnlosen. Ja, dann Aufträge. Aufträge. Der erste Flug geht dann nicht. Was ist denn das hier? An der Flutspitze. Das Fortdauern. Ja, denn... Hä? Das geht auch nicht. Die hab ich doch jetzt ausgewählt. Ja. Ach so, die ist erledigt. Und warum ist sie hier noch drin? Ist wirklich blöd, ne? Ach, wisst ihr was? Wo haben wir Beuteverträge? Da. Häcksler, Handschuhe, Niederschmetternder, Stachelholster. Ach, da fehlt mir ja ne Sturmvogelkanone. Das bringt also auch nichts. Ich werd jetzt erstmal irgendwo hinreisen, wo ne Dings ist, hier unten runter. Ach, da brauch ich nicht hinreisen. Da kann ich einfach... Jetzt schön geleiten. Geh weg. Was für ein blödsinniger Kram hier. Na, ich schau mir mal an, wie man das machen soll. Also das ist jetzt wirklich doof. Ich war oben und da war nischt. Ganz eindeutig. Ich will nur mal gucken, aber ich denke mal eher, dass da nix geht. Ich hab zwar kräftig Material gesammelt. Ich bin jetzt wieder... Ich bin jetzt ein bisschen demotiviert. Gebe ich ehrlich zu. Da hat man denn so richtig keine Böcke mehr, ne? Und ein Unterschlupf. Hier ist noch ein Rebellen aus dem Posten. Ach ja, dann guck ich mal jetzt sowas hier. Irgendwie müssen wir... Kriegen wir die... Die Zeit... Die Folge schon voll. Sinnvolle Sachen. Ah, guck mal da. Das könnte ich, glaube ich, jetzt machen, ne? Da fehlte mir... Das Bollwerk. Da fehlte mir eine Waffe. Aber das mache ich offline, weil dann schimpfe ich wieder so viel. Und das ist dann nicht so gut. Für meine Nerven und für mich. So, wo waren das jetzt? Da. Kann man da auch eine Schnellreise hin machen? Ja, dann kann ich doch... Oh, wenn ich die Maschinenspiele schon wieder sehe. Da hinreißen. Da quält man sich da hin und denn sowas. Es ist ärgerlich. Ja. Ja, meine Klinge strahlt. Doll. Hä? Kann man hier wieder nirgendwo... Oh. Warum? Wer hat sich dieses Geländeprofil ausgedacht? Das kann doch nicht daraus bestehen. Stundenlang durch die Gegend zu rennen und irgendwelche Dinge zu finden. Und die Karte ist auch scheiße. Die Lehren der Zehn vergessen. Sei stolz. Regaler kam, um zu siegen. Und ging als Verlierer. So, wo soll der sein? Da oben? Da hinten? Wie soll ich denn? Da muss ich ja 30.000 Kilometer. Dann kann ich... Hätte ich auch zu diesem Lagerfeuer reisen können. Oh. Ich kann doch auch nichts dafür. Das wäre noch besser gewesen. Hier sind auch noch Eulenfedern und Grünglanzplatte. Ich will aber jetzt das. Muss ich denn jetzt da lang laufen? Das sieht gut aus. 162 Schritte. Ist hier immer noch kalt, Eloy? Aber hier schneidest du die... Das ist irgendwie kalt. Da ist Holz. Komm, wir sammeln mal Holz. Oder das war wieder kaputt. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass hier was nicht hinhaut. Das, das... Ah, jetzt geht das schon wieder los. Wo muss ich denn jetzt lang? Meine Güte. Jetzt hier oben lang? Oder... Was ist das für eine Wegführung hier? Hier ist kein Weg. Hier ist doch kein... Das ist doch kein Weg. Das sehe ich nicht als Weg an. Oh, Mann. Bin ich jetzt denn... Ja, bin. Höre ich da schon wieder was? Kann man da denn wenigstens mal hochklettern? Ja, hier kann man klettern. Wir klettern mal. Ich kletter hier. Hau ab. Oh. 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 Was ist denn die noch nicht? Braucht er noch was von dem? Auseinander nehmen! Oh. Oh. Wir sind jetzt schwer beschäftigt, ne? Oh. 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 Was ist denn das? Eine? Oder eine Telak-Rebellin? Da. Puh. Jemand etwas. Was? Noch Fragen? Nein, das wäre ja schon mal geklärt hier. Wollen wir mal weiter gucken. Was haben wir denn so? Nein, das will ich nicht. Das will ich. Und das. Ist hier noch mehr, was ich will? Ja. Will ich noch was? Ach, nee. Da oben, da geht's zum Lager, ne? Wo ist denn das nun? Da hinten. Hallo, Schwein. Wie weit ist das noch? Da ist der Ober-Rebelle, der Ober-Rebelle da, der Ober. Ober-Rebelle. Da haut sie ab. Auf dem Weg sollte ich unentdeckt bleiben. Auf dem Weg. Äh. Wo sind denn? Hier ist ja gar keiner. Kann man hier schon speichern? Nicht verfügbar. Meine Nase ist auch nicht verfügbar. So. Willst du's wissen? Soll ich dich hier vorstellen? Das ist ein Schaf. Stürmer. Der Schneefall ist stark. Der Schneefall ist stark. Wir brauchen Kaffer Hark. Oh Gott. Na? Der hat Kopfschmerzen gehabt. Das hilft immer. Kommt man denn da rauf? Zu der da nach da oben? Ach da. Oh. Was ist das? Was ist da drin? Ah. Hättet ihr das gesehen? Mach schneller. Ich sollte auf die Wachen aufpassen. Ja, hier ist doch gut. Was haben wir denn hier? Ah, nettere Voice. Der Music-Trend der letzten Jahre. Aha. Ja, meinst du? Mist. Das gibt's doch gar nicht. Du. Eindringling. Der Schirm war da aber nicht. Nein. Ich kann das genau sehen, dass der da nicht ist. Geht's zur Markensuche. Das kann man leider sehr genau sehen. Sind noch mehr? Da hinten sind noch da. Guck mal, da. Und da. Und da. Und hier nicht mehr, ne? Nö. Definitiv tot. Wir müssen sie für Ausrüstung nutzen. Geplündert ein Schlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss ist. Wir werden den gleich mal nehmen, so. Dann findet sich das besser. Hat das noch jemand gesehen? Ja. Hm. Oh. Schlagt Alarm! Das kann der einstecken Ach der bleibt stecken Oh man ey das nervt mich Guck mal dann geht das wieder einwandfrei Das nervt mich nicht Da ist sie Kannst du dich entscheiden Markiert hab ich dich ne Stell dich doch mal hin hier Wo ist sie denn Das muss man auch erstmal hinkriegen Dass man so gekonnt daneben springt Wo bist du denn Ach Bist du das Ah cool Nee Ein Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern Auf jeden Fall bin ich hier fertig Dieser Außenposten macht keinen Ärger mehr Nee Das glaub ich auch Eine rebellische Scharfschützin war das Wir gucken dann nochmal so Aber ich mein Es ist nicht so besonders schön Was ihr hier baut Also Ihr habt doch die Technologie Und die Bauten seht ihr doch auch Da muss man doch mal Und nicht Was haben wir denn hier alles Jägerfeil Dickhornschaf Haut Das ist gleich hinter mir Also ich werde jetzt hier noch so ein bisschen Jagen Und mich beruhigen Und dann Bohnfischhaut Genau Ich denke mal Mit Nebenquest Ist denn das noch hier Das ist hier hinten irgendwo Genau Aber wie gesagt Ich mache erstmal hier Die Sachen So Nächste Folge geht's weiter Tschüss Tschüss Tschüss